Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Vignette richtig anbringen kann und vor allem auch, wo man das Ganze für die verschiedensten Länder jetzt aufkleben muss. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Für einige Länder wie zum Beispiel Österreich, Schweiz, Tschechien und auch Slowenien gibt es unterschiedliche Vignetten und hier gibt es leider auch ein paar kleine Unterschiede, wie das Ganze jetzt richtig aufgebracht wird. Bei allen Ländern gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Es wird nichts gegen das Seitenfenster bzw. sogar gegen unsere Heckscheibe geklebt. Außerdem muss unsere Windschutzscheibe hier vorne auf jeden Fall sauber, trocken und auch über 5 Grad Celsius warm sein, also nicht irgendwie im Winter draußen machen. Und die Vignette darf auch nicht hinter einen Tönungsstreifen, der wo sie ja normalerweise hier oben befindet, geklebt werden. In Österreich, Slowenien und der Schweiz können wir unsere Vignette einfach mal umdrehen und hier lässt sich dann auch schon unsere Trägerfolie abziehen. Ich kann es also etwas noch knicken und schon können wir unsere Vignette hier oben schön einmal abmachen. Diese kleben wir jetzt entweder links oben auf unserer Windschutzscheibe drauf oder was ich bevorzuge, direkt hinter unserem Spiegel, der wo sich ja auch schön mittig befindet. In Tschechien schaut das Ganze etwas anders aus. Hier besteht nämlich unsere Vignette einmal aus diesem großen Teil hier oben und hier aus diesem kleinen Teil unten. Und jetzt müssen wir mal in das Feld hier oben und in das Feld hier unten erstmal unser Autokennzeichen reinschreiben. Wichtig, kein Bleistift, sondern zum Beispiel hier einen Kugelschreiber verwenden. Auch hier können wir das Ganze wieder schön knicken und dann einmal diese Folie hier abziehen, welche auch anschließend auf unserer Windschutzscheibe drauf kommt. Und den unteren Teil jetzt auf keinen Fall wegschmeißen, sondern unbedingt aufheben, da wir diesen bei einer Kontrolle unbedingt vorzeigen müssen. Im Gegensatz zu den anderen Ländern kommt diese Vignette jetzt unten rechts an unsere Windschutzscheibe ran und somit haben wir das Ganze auch schon richtig angebracht. Wichtig ist, dass wenn du dir irgendwie unsicher bist, auf der Rückseite von diesen steht normalerweise auch nochmal eine kleine Anleitung drauf. Wenn du jetzt eine alte Vignette noch entfernen musst, dann geht das am besten mit einem speziellen Industriereiniger und so einem Ceranfeldschrauber aus der Küche hier. Wenn du dir eins von diesen Produkten übrigens noch zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.